Radio Pilatus, die beste Musik. Schauen wir rein bei uns auf radio-pilatus.ch, radio-pilatus-TV, auch bei Swisscom TV 2.0. Wir sehen dort nämlich, wer da bei uns im Studio ist. Es ist die Eliane. Du bist gerade auf dem Abschluss von deiner Bright Lights Tour, gell? Gesehne ich das richtig? Ja, genau. Jetzt haben wir eigentlich schon über zehn Konzerte hinter uns und jetzt noch die letzten zwei. 29 ist dann jetzt Hofter natürlich mit Heimpublikum und dann wäre da schon vorbei. Das ist eine Tour zum Album, die ja im Dezember gekommen ist. Genau. Bist du jetzt so zufrieden mit dem Album, mit der Tour, wie das alles gelaufen ist? Ja, sehr zufrieden. Also das Album hat gerade so mega eingeschlagen, wirklich mit, wie man nicht mal nachkommen mögen, mit CD-Taphy organisieren, was wir dann im Februar gemacht haben. Dann haben wir schon irgendwie Anfang Januar goldige Platten bekommen. Ja, genau, das ist schon speziell. Aber cool gewesen, ja, habe ich schon gefreut. Auch irgendwie bist du auch gleich so kleines Skeptisch und weisst nicht, ja, es hat halt schon am Anfang viel mit den Castingshows zu tun, dass die Leute deine Musik hören und sich kaufen und dann nach dem dritten Album, das noch so gut läuft, gibt dir eigentlich schon Bestätigung, dass du, glaube ich, ein treues Fanpublikum hast und irgendwie, dass es halt doch funktioniert. Und dann haben wir das Tournee angefangen zu planen und das ist eigentlich bis jetzt ganz toll gelaufen, ja. Ja, das klingt voll ganz zufrieden. Voll gut. Wunderbar. Dann können wir auch wieder Musik machen. Ja, keine Sorgen. Radio Pilatus. Radio Pilatus.